Gerade noch eine kleine Ankündigung, bevor das eigentliche Video startet. Ich habe es vergessen, ein Video anzukündigen. Ich werde diesen Sonntag zum Weekly Close gegen 8 Uhr, 21 Uhr unserer Zeit, also Berlin Time sozusagen, einen Livestream starten. Ihr könnt dann gerne mal Fragen stellen live im Chat. Wir können uns gemeinsam den Markt ansehen. Wir können schauen, ob es irgendwelche Ineffizienzen gibt, die wir Sonntagabend handeln können. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt zum eigentlichen Video. 2.8.2019, 9 Uhr 24. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin ab heute ein paar Tage weg, beziehungsweise eh nur ein bis zwei Tage. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch kurz ein Morgenupdate. Da die Lage ziemlich interessant ist und da wir einiges an Volatilität gesehen haben, sowohl im Kryptomarkt als auch auf den herkömmlichen Finanzmärkten. Wir analysieren das gleich. Es hat sich wirklich einiges getan und auch einiges an der Einstellung vom Markt für mich geändert, für die nächsten ein bis zwei, beziehungsweise drei Wochen, da die Resistance jetzt stark nach oben durchgebrochen ist. Wir gehen auch nochmal auf meinen gestrigen Tag ein, auf meinen Trading Tag. Ich könnte einiges Interessantes für euch mitnehmen. Es war gestern wirklich für mich kein guter Tag, da ich mein System abgrundtief hintergangen habe. Aber sagen wir mal so, das Problem ist, ich habe ein extrem gut funktionierendes System, nur ist mein System natürlich manuell geprägt. Mein System ist kein Algorithmus. Das heißt, ich sitze hinter den Knöpfen und ich drücke die Tasten. Und wenn die menschliche Seite dahinter, also die menschliche Psyche dahinter fehlt, dann ist das System auch am Arsch. Und genau das ist gestern passiert. Total unnötiger Tag. Alle Todsünden, die man eigentlich so machen kann, sind dann im Endeffekt auch noch passiert. Aber es ist jetzt dennoch kein Weltuntergang. Es ist ganz gut, dass man solche Tage auch mal kommentieren kann, da wie gesagt, kein Schwein euch sowas zeigt. Niemand. Es zeigt euch niemand seine Trades oder wenn ihr mal was falsch macht. Deswegen könnt ihr da sehr viel draus lernen. Und ich kann auch sehr viel draus lernen, da ich das Ganze dann live kommentiert für mich nochmal mithabe. Und ja, wie immer folgt mir bitte gerne auch auf Twitter. Trader-Chris94 kommt in unsere Telegram-Gruppe. Ich packe euch den Link wieder in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Ein Dokument habe ich noch für euch. Ich habe nämlich im letzten Video das Kommentar bekommen, wo man dann die Begriffe lernen kann, die ich so oft verwende. Und ich muss gestehen, ich verwende wirklich sehr, sehr viel englische Begriffe. Und es klingt auch oft natürlich nicht so flüssig. Aber es ist halt oft schwierig, irgendwie diese englischen Trading-Begriffe ins Deutsch zu übersetzen. Vor allem, wenn man das schon so gewohnt ist über Twitter und die ganzen Leute, die man mittlerweile kennt, die alle Englisch sprechen. Mit denen schreibt man den ganzen Tag Englisch. Und dann irgendwie im Video wieder zu Deutsch zu sprechen. Deswegen habe ich dieses Dokument erstellt auf Google Drive. Ich werde euch den Link in die Kommentare packen oder in die Videobeschreibung. Das Dokument wird jedes Mal ausgebessert werden, wenn irgendwas Neues dazu kommt. Aber im Prinzip habe ich jetzt mal die wichtigsten Begriffe, die so in den Videos verwendet werden, hier reingeschrieben. Es ist bestimmt für sehr viele von euch hilfreich, da ich gerade auch wieder merke, dass neue Abonnenten dazukommen und auch Leute dazukommen, die jetzt nicht noch so fit in dieser Materie sind. Ich habe auch sehr viele Zuschauer, die bereits einiges fitter sind und die genau wissen, wovon ich rede. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, die Videos nicht zu langweilig gestalten für die alten Zuschauer. Ich habe das Dokument gemacht. Ich denke, das eignet sich dafür sehr gut. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video. Und wir starten auch direkt damit los, für alle, die vielleicht in einer Höhle wohnen. Was ist ganz da passiert? Donald Trump hat angekündigt, dass er auf China Importe jetzt Tarife setzen will. Ich glaube, es war in der Höhe von 10%. Ich werde euch den Tweet mal einblenden. Wir haben diesen US-amerikanisch-chinesischen Trade War jetzt ja schon fast zu einem Jahr, beziehungsweise letztes Jahr im Dezember, ist die Lage mal eskaliert. Seitdem haben wir auch den Bitcoin-Bullmarkt und auch den Gold-Bullmarkt beflügelt. Die Aktienmärkte sind gestern kollabiert. Der Dow Jones ist, glaube ich, knapp 600 Punkte gefallen. Der S&P 500, eigentlich alle Indizes um den Globus sind gefallen. Hier im Hintergrund haben wir den Dollar-Yen-Chart. Dollar-Yen war auch einer der krassesten Reaktionen auf diesen Tweet, die hier im Hintergrund mit diesem Abverkauf, den man so wirklich eher selten sieht. Und deswegen habe ich auch wieder hier gleich zu Beginn die Korrelation reingenommen zwischen Dollar-Yen und Bitcoin. Dollar-Yen ist so mit ein Indikator, um das Risikosentiment der Marktteilnehmer zu bestimmen, zusammen mit Gold. Ich sage dir mal, wenn Gold steigt, wenn Dollar-Yen fällt. Das ist ein klassisches Risk-Off-Sentiment. So nennt man das im Fachjargon sozusagen. Und hier eben, wie gesagt, die interessante Korrelation. Wenn diese Linie nach unten geht, dann sinkt der Dollar gegenüber dem Yen. Das heißt, der Yen ist stark, der Dollar ist schwach. Das ist ein klassisches Risk-Off-Szenario. So, wir haben das gepaart gesehen mit dem Anstieg im Bitcoin-Markt, also mit dem eigentlichen Bullrun im Kryptomarkt. Wir haben dann, sobald wir hier das High geformt haben, bei 13.800 damals, haben wir auch den Boden gesehen, den kurzfristigen Boden im Dollar-Yen. Das heißt, wir haben dann den Dollar-Yen-Anstieg. Bitcoin dumpt hier hart. Natürlich wieder, es ist nur eine Korrelation, aber trotzdem ganz interessant zu beobachten. Bis hier hoch. Danach fällt der Dollar-Yen wieder. Hier fallen sie auch mal zusammen. Das heißt, wir haben hier natürlich wieder keine perfekte negative Korrelation Korrelation oder perfekte positive Korrelation. Aber trotzdem. Es ist so der Indikator wieder, wo man sich sagt, okay, irgendwas geht hier vor. Ja, weil auch gestern wieder. Als Trump diesen Tweet rausgehauen hat, können wir uns jetzt auch kurz nochmal den Dollar-Yen weghauen. Als Trump diesen Tweet rausgehauen hat, ist als erstes Gold extrem eskaliert nach oben. Das sieht man dann hier mit diesem Anstieg. Und Bitcoin ist eigentlich ziemlich danach direkt nachgezogen. Was für mich ja auch wieder so die Meinung widerspiegelt, dass Bitcoin immer mehr als Risk-of-Asset etabliert wird, als Vermögensklasse, die auch mittlerweile schon Beachtung findet in den Finanzmärkten. Ja, switchen jetzt aber erstmal wieder zum Bitcoin-Chart. Wir haben jetzt genug über den herkömmlichen Markt geredet. Gestern wirklich sehr, sehr starke Reaktionen. Und Reaktionen, die mich ziemlich bullish sind. Ich packe jetzt die Linien hier kurz nochmal raus. Was haben wir gesehen? Wir haben den Abverkauf gesehen auf dieses Low hier. Dieses Low wurde genau gehalten, was mich eigentlich ziemlich verwundert hat. Ich hätte gedacht, dass wir dieses Low aus dem Markt nehmen, bevor wir nach oben gehen. Nichtsdestotrotz sind wir dann sehr, sehr schnell auf diese Persistence wieder hochgerannt. Und bei diesem Daily Close war ich schon ziemlich eingestellt auf einen Bruch. Der Grund ist wie folgt. Wir haben hier diese starke Support-Resistance-Area geformt. Wir haben hier einen Touch, wir haben hier zwei Touches, wir haben hier drei Touches, wir haben hier vier Touches, fünf, sechs, sieben, acht. Und das heißt eigentlich, dass dieser Bereich steinhart ist. Und das heißt, wenn wir hier diesen Bereich testen, sollte hier eigentlich ein starker Abverkauf verfolgen und man sollte diesen Bereich nicht nochmal testen müssen. Da wir diesen Bereich dann direkt nochmal getestet haben und so geschlossen sind mit dieser Daily-Kerze und eben nicht wieder mit einem langen Wig, war das schon so ein kleiner Indikator von den Bullen, dass sie den Markt vielleicht wieder über diese Resistance treiben wollen. Es sieht wirklich momentan nicht so schlecht aus. Auch hier am 12-Stunden-Chart sieht man es wieder um einiges besser. Wir haben hier diese Zone geformt, wir kommen hier einmal drunter, sehen die Snap-Verkauf, dann noch einmal dieser letzte Pump, um nochmal die Short-Sale aus dem Markt zu nehmen, bevor wir dann runtergehen und wir schließen jetzt stark wieder drüber, obwohl das sehr, sehr starke Resistance war. Keine starke Reaktion von den Bären hier. Wir haben einen Touch dieser 50 EMA und gehen dann wieder hoch. Das heißt, wir haben jetzt alle EMAs unter uns. Können wir uns das Ganze hier ansehen am 4-Stunden-Chart. Die lila EMA ist die 200 EMA und ihr seht, wie wichtig diese Benchmark ist für den Chart. 200 EMA nach unten, beziehungsweise nach oben gekrümmt und unter dem Preis. Wir haben hier einen Bounce, wir haben hier einen Bounce. Wir schließen darunter, wir kämpfen dann hier in dem Bereich der 200 EMA, können nicht darüber schließen, verkaufen dann stark ab, probieren dann wieder hier hoch zu kommen. Es ist immer so ein wenig ein Kampf drüber, drunter. Verkaufen dann aber wieder ab, gehen nochmal hier hoch, verkaufen wieder ab. Und jetzt schließen wir wieder über der 200 EMA am 4-Stunden-Chart ein bullisches Zeichen. Aber man muss auch klar dazu sagen, diese EMA sollte jetzt halt bei einem Retest für weiteres Momentum. Also habe ich euch auch schon die nächste extrem wichtige Zone verraten. Es ist 10.100. 10.100 ist momentan so die Make-or-Break-Zone auf der bullischen Seite. Das könnt ihr euch auch auf eurem Chart dann ganz schön einzeichnen. Sollten wir hier dippen, müssen die Bullen diese Zone verteidigen, damit wir auf diese Highs rennen können. Einfach aus dem Grund, wir haben hier Support, hier Support, hier Resistance, hier Resistance, hier Resistance, hier Resistance. Wenn es die Bullen ernst meinen mit diesem Pump, dann müssen sie diese Zone aufs Blut verteidigen. Sollten die Bären, die Bullen hier drunter drücken, wäre das wieder ein Zeichen vom Markt, wo man dann nicht wirklich viel interpretieren könnte, da es dann einfach wieder ein Hickhack wäre. Resistance gebrochen, durchgebrochen, Support gebrochen. Das wäre dann wieder so ein Hin und Her, wo man dann wirklich sagen müsste, okay, gemüxte Signale, wir müssen jetzt mal draußen bleiben. Hier haben wir dieses Level, was für mich auch sehr interessant ist, einfach aus dem Grund, weil wir hier den monatlichen WeWeb haben. Das heißt, wir haben hier einiges an Volumen, das hier reinkommt. 10.800 ist mein Level auf der bärischen Seite. Sollten wir hier hochkommen, erwarte ich eine Reaktion von den Bären. Sollte diese nicht kommen, sind wir wirklich sehr, sehr bullish. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwann dieser Blow auf Top kommen wird. Und auch hier sei wieder gesagt, das Timing ist schwierig. Es ist schwierig, den absoluten Top zu catchen an der Rallye, genauso wie den Boden. Ihr müsst da aufpassen, dass ihr nicht den Hellen spielen wollt, der sich vor den Zug schmeißt. Denn das Gleiche hatten wir zum Beispiel auch hier gehabt, was wir den Boden geformt hatten. Wir hatten hier ein klares Support Level. Wir hatten hier ein klares Support Level durch diesen Bereich hier. Die Leute sind hier bereits long. Die Leute sind hier bereits positioniert. Was macht der Markt? Der Markt fahrt einmal drunter, stoppt die Leute aus und dann geht der eigentliche Move los. Genau das Gleiche haben wir auch hier gesehen. Wir haben hier einmal, auch wenn es hier in einer kleineren Variante ist, wir haben hier einmal ein High geformt. Wir haben hier zwei Highs geformt mit diesen Weeks hier. Das heißt, wir haben hier Short-Seller, die im Markt sind. Der Markt geht nochmal hoch. Ein letzter Run über diese Resistance, über diese Short-Stops. Und erst dann kommt der größere Abverkauf. Das heißt, die wichtigen Zonen jetzt 10.200, 10.800 für euch kurzfristig. Daily Chart sieht man es auch hier ganz gut. Diese Zone muss halt, diese Zone muss verteidigt werden. Dann können wir wirklich über ein Szenario wieder sprechen. Über 13.000. Soweit sind wir jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen uns auch hier kurz nochmal den WeWeb anlegen. Auch hier der Range WeWeb. Das heißt, hier wurde am meisten Volumen bewegt. Sollten wir irgendwie auch nur knapp hier nach oben kommen, werden wir hier die stärkste Resistance erfahren werden, die diese Range zu bieten hat. Das wäre der Bereich 11.600. Ja. Das wären mal meine Preislevel, die ich euch kurzfristig für mich sagen kann, wo ich drauf schauen werde, was ich drauf machen werde. Werd aber wahrscheinlich, also werde ich wahrscheinlich auch sagen, dass ich den Weekly Close abwarten werde, da ich jetzt heute auf alle Fälle weg bin. Morgen wahrscheinlich auch, außer Gefecht bin, beziehungsweise weg bin. Und ja, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Ich würde dieses Level hier bitten, aber am Wochenende könnte ein wenig langsamer werden. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passieren wird. Und wie gesagt, im Intro, oder wie bereits im Intro angekündigt, werden wir jetzt auf das Missglück der Trade Management von gestern eingehen, da ihr wirklich einiges lernen könnt. Und da ich mein System hier wirklich sehr stark hintergangen habe und hier einiges an Lerncharakter für uns besteht. Wir müssen dafür jetzt erstmal in den Replay-Mode gehen, damit ich euch mein System oder meine Signale ein wenig erklären kann. Ich habe den Tag gestartet. Ich hatte hier das erste Mal ein Short-Signal für mich erhalten. Das war jetzt nicht wirklich ein Signal, wo ich mir zu sicher war, aber es war ein Trade, der in mein System passt und den ich so nehmen kann. Einfach aus dem Grund, wir sind hier ganz eindeutig auf einer Resistance. Wir haben am höheren Timeframe die Resistance über uns. Wir haben hier einen ziemlich schnellen Move, den der Markt eigentlich leicht auffüllen könnte, gepaart mit dieser Resistance, die wir hier unten gehabt haben. Das heißt, sollten wir hier nach unten gehen, erwarte ich Käufer und ich erwarte, ehrlich gesagt, dass die Nachfrage hier oben geringer ist. Das Ganze ist dann wie folgt geändert, was auch absolut nicht schlimm war und was absolut auch nicht das eigentliche Ziel des Videos war. Wir haben hier den ersten Touch gesehen, hier die erste Resistance gefunden. Aber dann eben sofort den Schluss wieder darüber. Das heißt, mein Stop war im Bereich 10.030. Ich war hier ausgestaubt, war ein kleiner Verlust. Der Trader hat dem System gepasst und war auch absolut nicht schlimm, da eben einfach die Bias sich geändert hat. Die Käufer sind sehr, sehr früh in den Marken gekommen und ab diesem Zeitpunkt war ich dann einfach auch bullish. Ich war bullish aus dem Grund, da wir diese Range verteidigt haben, die ich leider so absolut nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich habe die bereits rausgelöscht gehabt. Starker Bounce von hier unten und ab hier war ich bullish. Und ab hier ist dann sozusagen das Ganze passiert, was nicht hätte passieren sollen. Wir haben hier mein klassisches Setup, das ich so eigentlich zu 90% trade. So, ich brauche gerade noch die WeWeb-Bands. So, wir sehen, wie der Markt hier drunter zieht unter dieser Range. Wir finden hier Resistance, verkaufen hier ab, schließen wieder stark drüber, schließen über den Daily WeWeb. Das heißt, wir haben das Volumen unter uns, wir haben die Range unter uns und hier sind die Bären jetzt gefangen. Das heißt, sobald wir hier zurückkommen, erwarte ich eine scharfe Reaktion. Und das war der Zeitpunkt, wo ich meinen Long eröffnet habe. Wir können das Ganze jetzt auch uns hier ansehen, damit ihr seht, dass ich hier nicht euch irgendwie bescheiße oder irgendwie ein Bullshit-Lover. Ja, das war diese Position hier. Bei 10.029,5. Es ist nur so blöd aufgespielt. Das war, glaube ich, ein 50.000-Dollar-Kontrakt. Man sieht es hier. Hier sind die 50.000-Dollar. Und ich war hier long im Markt. Also, ich war eigentlich ziemlich genau am Boden long. Aber was dann passiert ist wie folgt. Wir kommen wieder hier hoch, haben hier diese Resistance und dann sehen wir immer diese Reaktionen. Das sieht jetzt im Nachhinein nicht mehr so schlimm aus. Also, jetzt würde man im Nachhinein sagen, oh, du Idiot, hier macht man ja ein Lower High. Wie kannst du hier den Trade closen? Im Moment waren die Reaktionen wirklich extrem schwer zu deuten, da wir wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine 15-Minuten-Candle. Das heißt, wir sind hier immer hoch und von ein auf die andere Sekunde haben wir den kompletten Anstieg, den wir hier nach oben gemacht haben, nach unten wieder ausradiert. In dem Moment hat die Ein-Stunden-Candle immer komplett am Arsch ausgesehen. Die war einfach komplett gerackt. Und deswegen auch so meine Reaktion darauf. Dann geht es wieder weiter. Ja, im Prinzip war das hier der Punkt, wo ich den Trade geschlossen habe, Breakeven, beziehungsweise mit Gebühren. Und was danach passiert, ist glaube ich Geschichte. Der Markt ripped nach oben. Es ist total ärgerlich, weil eben das System hintergangen wurde. Das System hat ganz klar gesagt long. Der long war hier. Ich hätte den perfekten Bohnen gelongt mit meinem System. Aber der Fehler dahinter war menschlich. Der Fehler war menschlich. Ich habe es nicht geschafft, den Markt hier richtig zu interpretieren, weil ich mich einfach aus meinem Trade selber rausgedrückt habe, weil ich diese Reaktion falsch interpretiert habe. Sagen wir mal so. Es war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe mich gestern sehr, sehr geärgert. Was auch so ein Punkt war, war folgendes. Ich bin zeitweise vor dem 5-Minuten-Chuck gesessen und habe wieder das hier gesehen. Ich habe diesen Pump gesehen. So, ja, jetzt werden wir bald ausbrechen. Und dann sofort wieder diesen Abverkauf. Habe mir aber selber innerlich gesagt, solange wir diese Zone hier halten, diese Range, die wir hier geformt haben, ist eigentlich alles gut. Es ist kein Grund zur Sorge. Aber ich habe es trotzdem. In dem Moment wurde ich so hektisch und bin in dem Moment einfach so irrational gewesen, dass ich nur das hier gesehen habe. Und wie gesagt, es ist hier wieder schwierig, euch das in dem Moment so zu zeigen, weil im Nachhinein ist es natürlich immer um einiges leichter, wenn man dann schon die rechte Seite des Charts sieht. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war in diesem Moment hier wieder hier und die Kerze hat auch noch nicht so geschlossen. Das heißt, die Kerze war komplett bis hier nach unten. Das heißt, wir haben innerhalb von 10 Minuten einen Dump gesehen von 10.088 auf 10.020. Und dazu habe ich mich noch von anderen Leuten beeinflussen lassen. Kurzum, es war einfach komplett scheiße. Und daraus solltet ihr bestimmt auch einiges mitnehmen. So, was dann passiert ist, ist folgendes. Ganz klassisch psychologisch bedingt. Sehr, sehr oft der Fall. Man ist selber enttäuscht, weil man eben den Trade so dumm gemanagt hat. Man keinen Profit draus nehmen konnte. Was passiert dann? Man versucht, Revenge zu traden, heißt das auf Englisch. Das heißt, man will für Vergeltung sorgen. Man sagt sich, jetzt erst recht. Ich habe meinen Einstieg verpasst. Ich habe, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Dollar in dem Fall liegen gelassen. Jetzt hole ich mir das zurück vom Markt. Und das war auch hier der Fall. Wir haben hier die Resistance gesehen. Ich habe versucht, diesen Markt hier zu shorten. Habe dann die Positionsgröße nochmal erhöht, was absolut schlechtes Trade-Verhalten ist. Und musste dann den Trade ziemlich schnell schließen, weil die Reaktion nicht kam. Der Markt hat immer weiter gepusht. Der Markt hat immer weiter gegen mich gepusht. Und ich habe den Tag dann schlussendlich mit einem Verlust beendet, obwohl meine Idee perfekt war. Obwohl alles darauf ausgelegt war, dass ich meinen Account über ein Bitcoin schließe, was auch das Ziel war für diese Woche. Und ja, habe mich sehr zurückgeworfen gestern. Ist sehr schade. Ich bin jetzt trotzdem für diesen Monat knapp 2.300 Dollar im Plus. Nach knapp zwei Wochen. Mein Monat beginnt immer am 15. Das heißt, dieses Trading-Monat ist am 15. Juni gestartet. Habe bis 15. August noch Zeit. Ist jetzt nicht das beste Monat bis jetzt. Habe sehr viel auf dem Tisch liegen gelassen. Sehr, sehr viele dumme Aktionen. Der Account könnte schon längst über ein Bitcoin sein, sage ich jetzt mal, wenn ich mich ein wenig zusammengerissen habe, was auch eher meinem Durchschnitts-Profit entsprechen würde. Oder wo ich dann eher sagen würde, okay, das wäre ein guter Monat. Bin dennoch 2019 jedes Monat grün. Ich hatte noch keinen roten Monat. Und das ist auch wieder das Ziel für die nächsten Tage, nächsten Wochen. Ich will diesen Monat absolut nicht rot schließen, rot closen. Ich bin, wie gesagt, heute weg. Ich bin ein, zwei Tage nicht im Lande. Ich bin ein paar Freunde besuchen, wo wir dann auch ein wenig feiern werden. Das heißt, ich habe jetzt ein wenig Abstand. Ich kann ein wenig reflektieren. Ich werde jetzt nicht wieder versuchen, auf Vergeltung zu gehen. Ich werde am Sonntag zurückkommen wahrscheinlich. Ich werde am Sonntag den Weekly Close anschauen. Ich werde mir dann meine Strategie für die nächste Woche zurechtlegen. Ich werde euch dann natürlich auch updaten in einem Video. Und werde dann die Positionsgröße verringern. Wieder, was ich immer mache, wenn ich merke, ich werde zu überheblich und ich werde zu risikofreudig, verringere ich einfach meine Positionsgrößen für ein paar Tage, schaue, dass ich wirklich in meinem Setup bleibe, schaue, dass ich in meiner Strategie bleibe und dann läuft es im Regelfall auch immer wieder. Es sind jetzt wieder ein paar unnötige Tage in diesem Monat, da ich gestern eben 0,25 Profite auf dem Tisch liegen gelassen habe und minus 0,07 ausgestiegen bin. Das heißt, effektiv wäre ich so, gestern 0,03 Bitcoin im Plus gewesen. Das heißt, mein Account wäre über 1 Bitcoin gegangen. Der andere Loss dieses Monat war auch sehr, sehr unnötig, wo ich sagen muss, muss nicht sein. Ja, jetzt sind wir halt bei 0,21 Bitcoin statt 0,7 Bitcoin. Ist natürlich immer die Sache, hätte, 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 hätte wäre. Wäre das, wäre das, wäre ich schon längst Millionär. Ja, so ist das auch im Trading-Bereich. Ich kenne so viele Leute, die immer wieder sagen, okay, hätte ich doch hier diesen Long eröffnet, hätte ich doch hier den Short eröffnet, wäre ich doch hier nicht rausgegangen. Es ist nicht die Realität. Die Realität ist nur das, was im Endeffekt auf eurem P&L-Statement steht. Alles andere ist nicht real, sind nur Nummern am Bildschirm. Es gibt kein Hätte, es ist nicht so passiert und deswegen macht es eigentlich auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, da man eigentlich faktisch immer sagen könnte, ich habe heute das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ein kurzes Review hier für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne wieder in die Kommentare. Ich denke, das ist sehr, dieses Format, das ich hier jetzt prägen werde, ist ein sehr, sehr einzigartiges Format, da euch solche Einblicke niemand gibt, da die wenigsten Leute, die ihr verfolgt auf YouTube oder auch auf Twitter, die wenigsten Leute trainen wirklich selber. Die meisten verkaufen Seminare, verkaufen Single-Services und sind einfach selber nicht profitabel. Ja. Deswegen gibt auch euch niemand Einblicke in seinen eigenen Account. Ist ganz logisch. Müsst ihr euch nur mal vorstellen, wenn jemand wirklich sehr, sehr profitabel wäre, wie zum Beispiel andere größere deutsche YouTuber, die irgendwelche Services verkaufen. Wo liegt der Grund, seine Performance nicht zu zeigen? Wieso? Welchen Grund gibt es? Es gibt absolut keinen Grund. Ja. Es gibt null Gründe. Der einzige Grund, sorry, es gibt einen Grund, die Performance nicht zu zeigen, ist, dass man keine Performance hat. Und das ist bei den meisten Trading-Goros der Fall. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns spätestens am Sonntag. Euer Chris.